So, liebe Leute, für die, die auf YouTube zugucken, da sag ich, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Es geht weiter und wir machen den Ente-Boss. Biatsch! Und wir starten die Zeit. Jetzt. So, volles Leben. Zwei Flakons. Jetzt geht's ab. Hopp. Drei Schläge drauf. No, fuck, nicht proper. Auf die Eier. Ich hab so das Gefühl, der Mann ist Herrscher. Alter, der fangt einfach mal hier schönes Feuersperren aus. Alter. Alter. Oh, schade. Aber ein sehr geiler Boss. Okay, aber der ist tatsächlich nicht so schwer. Man muss schnell gucken, dass man halt die Kleinen da wegkriegt. Und dann draufhauen, wie möglich. Aber ich mach irgendwie nicht viel Schaden, hab ich so das Gefühl. Die anderen, da geht der Balken runter wie nix. Und bei mir krebst der da mit 56 ab. Rum. Okay. Noch einmal. Noch einmal. Upsa. Zack. Ah, ich hab mittlerweile auch... Ah, nee. Ich hab standardmäßig nur drei... Ich wollte schon sagen, hier, ich hab... ähm... drei Flakons. Upsa. 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 Skoworazifatz. Upsa. Ah, das gefällt mir. Ich hab immer noch die Standardausrüstung bis auf das Schwert. Das nervt mich ein bisschen. Ich hab aber auch nichts geileres. Würde ich sagen. Ich hab nur dieses Breitscheid hier Großaxen. Ist auch schön, ich mag das bei Dark Souls, weil ich bin ein bisschen Sammler in so Spielen, dass es da so viele Waffen gibt. Mir gefällt das. Man benutzt zwar kaum welche. Was macht der denn hier? Macht der Prost oder was? Muss man nicht verstehen. Vision von Seergeist, ne? Gott sei es gepfiffen! Achso, der kommt da noch nicht durch. Der macht das jetzt auch das erste Mal. Ich sehe schon im Chat, sagen Leute, das ist einer der einfacheren, die sagen, das ist einer der schwersten. Da ging die Meinungen auseinander. Was hat er denn für eine Rüstung an? Elbe durchqueren. So, auf geht's, auf geht's. Die Schlacht kann jetzt beginnen. Was? Wie soll ich das jetzt sagen? Aller, der wegste. 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 Mal zu ziehen mir mal deine Eier. What? Was ist denn das Wort? Ausdauer hat für dich nicht. Hab ich es so. Oh, der ist nur da hin. Oh, oh, was ist denn? Ach, das war's. Da dachte ich schon. Der muss das wieder aufs Liga. Jetzt haben wir uns hier aber irgendwie in der Ecke machen wir hier. Wir machen 1400 Schaden. Oder ist es einfach so ein gewisser Punkt oder wie gesagt wird... Nein, das wäre doch so gut. Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ja okay, dann ist es einfach so ein bisschen sofort. Ja okay, dann ist es einfach so gut. Ja, das ist auch gut. Okay, dann gehen wir ja weg. Und der Chor jubelt sich wieder einfach raus. Jetzt gehen wir ja vorne nach. Machen wir dann noch alle Eier beisammen. Ich hab's noch nie in meinem Arm und in meinem Arm. Ich bin so malInnen und ich bin so geil. Jetzt haben wir die Eierspielen. Eigentlich sind es ja nicht. Oh Mann. Ich bin so einig. Schon mal nicht, das oder? Das war ja nicht so viel. Wir können schon ganz gut machen. Ich weiß, was es jetzt ist. Wo fällst du hin? Wo gehst du hin? Hier haben wir es ja. Das ist nicht so, wie wir damit gehen. Wir sind bestandsamt, fällt mir noch hoch. Er kann einen doch an, oder? Das ist mein Herz da. Was ist da los? Guck mal her. Mein giftige Brühe. Oh, 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 oh. Ach so. Er ist tot. Okay. Hätte ich nicht gewusst, wo man da jetzt noch hätte draufschlagen müssen. Sehr schön. Get it home. Get it home. Und man bekommt Loot. Das ist schön. Ja, doper Loot. Man wird hier nicht extra informiert. Ich habe per Twitter rausgehauen. Wenn, ne? Spül Sound bitte leiser. Ja, so ist es halt normal. Ich kann aber auch theoretisch einfach näher an das Mikrofon gehen. Ich rutsche hier sowieso immer nach hinten. So. Machen wir es nochmal? Oder gehen wir weiter? Da. Die Frage ist, ich kann nämlich wieder einmal aufsteigen, würde ich brauchen. Ah, gehen wir hier doch mal. Pass auf, jetzt geht es hier gar nicht mehr. Jetzt dachte ich einfach, hier ist eine Lücke. Ich hoffe einfach, hier ist irgendwo ein Feuer. Da ist ein Hund. Nicht bitte hier. Sag ich dir. Was hier hinten, was? Glut. Sehr schön. Man findet wahnsinnig viel Glut. Muss man mal so sagen. Da ist Mann mit Hund. Ich glaube von dort. Hinten. Der Hund hat auch schon bessere Tage. Steht da ein Typ. Oh, da steht auch einer. Ich will doch nur ein Feuer. Genau im falschen Moment. Boah, leckt mich doch. Shit. Alles gemacht, wo ich jetzt vermeiden wollte. Scheiße. Arbeiterhose. Ah, da danke ich doch. Gehen wir hier mal runter. Ach, schön. Schön, schön das Gebiet. Ratten. Können nichts. Aber. Auch in der Masse sehr gefährlich. Aber die vergiften einen immerhin nicht. Abkürzung. Alles klar. Hinter jeder Säule könnte einer stehen. Ich kenne sie doch. Und da ist Nebel. Nebel ist nicht gut. Verschlossen. Wir heilen uns. Wir heilen uns. Ich glaube, ich weiß, was da hinten dran ist. Lasst mich raten. Das ist einfach eine gigantische Ratte. Ne, ne, ne. Das ist mir jetzt dann doch zu heikel. Haha. Heikel Merkel. Ihr wollt kurz wissen, welches Level ich bin. Ich bin Level 28 tatsächlich. Das ging ja flott. Ich hätte gern ein Feuer. Ein Lagerfeuer. Ja, das hätte ich gern. Ja, komm dich nicht mehr mit. Wo hast du denn deine Laterne gelassen? Deine Kollegen hatten alle eine Laterne in dem anderen Dorf. Äh. Okay. Ich will ja immer backstabben. Aber lass mich nicht. Dann gehen wir... Ne, dann gehen wir erstmal da hoch. Hier muss es doch irgendwo ein Feuer geben. Das gibt's doch nicht. Das wäre so eine prädestinierte Stelle für ein Feuer. Das ist mit euch Kollegen. Wie seid ihr mir gesinnt? Ja, mal da hoch. Aber da steht auch einer. Ah. Wir versuchen. Der macht... Oh. Puh. Haut er mich mit seinem Apfel vor dich hier. Zu Klump. Oder versucht es zumindest. Geht's hier durch? Nein. Okay. Wir müssen nur versuchen. Geil. Das gefällt mir hier schon wieder gut, weil das wieder sowas Natürliches ist. Mehr oder weniger natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh. Von wo? Aha. Was ist das? Das wird los. Oh. 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 Ja, eigentlich, ich lese gerade hier mal die Waffen verbessern. Das stimmt schon, das würde mir schon Sinn machen eigentlich. Geh mal mal hier hin, vielleicht ist hier ein Feuer. Oder wenigstens eine Abkürzung. Kadeos? Ich verstehe. Lässt dich von dieser Seite nicht öffnen, wollt ihr mich verarschen? Bin ich denn jetzt hier hin? Und wie komme ich da hoch? Was ist hier Phase? Geh mal weg. Geh mal weg. Feuerklaunering. Geil. Wir sehen, hier sieht es relativ safe für mich aus. Ich drücke schon auf die rechte Seite, aber macht es erst beim zweiten Mal. Was ist eigentlich das hier? Finster Symbol, Backpackgürtel, schwarzer Läden, Wohlkristall. Ah, okay. Das sind diese Schnellauswahldinger, die es auch, glaube ich, bei Bloodborne gab. Die haben auch wieder vier Ringslots. Die haben auch die Anordnung wieder geändert, sehe ich gerade. Was macht er denn? Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminimierung. Das belastet mich. Alter, wie schwer ist denn das Ding? 0,8 Kilo. Das sind 800 Gramm. Oder 8... Ja, doch. Ah, hier bin ich. Mal durch. Zu gut. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Okay, aber hier war kein Feuer. Dann ist wahrscheinlich da unten ein Feuer. Aber wie komme ich da zu denen hoch? Das müsste doch auch gehen. Vielleicht über diesen Aufzug, der da ist? Nee, über die Dächer von der anderen Seite wahrscheinlich. Das heißt, ich müsste ganz zurück und dann auf die Dächer gehen. Hm. Dann schlagen wir uns doch mal hier durch. Ich habe vor denen echt ein bisschen... Wow! Schmeißt da die! Verrückter Mongo. Ah, ich dachte vielleicht... Hm. Okay, du hast gut gewartet. Das will ich dir nicht absprechen. Okay. Das ist geil. Durchblut. Durchblut. Ich habe Angst, dass der Typ, der Mann mit Hund, auch noch kommt. So. Kann ich nochmal hier... Wunder wundern? Wunderschön. Wunder... Also ich glaube, das mit der Wunderei hier kann schon... Scheiße. Okay, weggehen. Ha! Ich meine... Scheiße, Mann. Fuck, da ist noch einer. Wenn es jetzt ganz gut läuft... Wer bist du? Wer bist du? Das ist doch hier, ähm... Hm. Another one of those unkindled, are you? All you faceless und dead. Behaving as if you deserve respect. Oh. No matter. Heed my words. If you have any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You, hier, in this land of hollows, you're like a frail maiden on the frontlines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death, to leave you broken. Time after time. Ha, ha, ha. Yeah. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. Was war noch mal die andere? Hopeless. The whole lot of you. Like little moss flittering towards a flame. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Was war noch mal die andere Möglichkeit? Mich einfach in den Sarg legen? Ist das tatsächlich? Es lässt sich auch von dieser Seite nicht öffnen. Ja, was ist denn da los? Ich nehme an, das ist die Kirche. Da will ich aber nicht rein. Ich nehme seine Warnung ernst. Ich glaube, ich habe gerade eine Mail bekommen. Der Typ ist da auch noch. Ich muss nochmal erwengen. Erwengen. Durchflut, mein Großer. Mann, das ist acht Schläge. Wenn er mitgezählt. Ich bringe mal hier hoch. Da ist ein Hund. Alter. Da ist noch ein Hund. Der ganze Hüchte hier. War hier noch irgendwie was? Ne. Aber hier liegt noch was. Köderschädel. Na, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Können wir uns noch einmal heilen? Ne, wir haben nicht genügend... Nicht genügend Mana, sage ich jetzt einfach mal. Hä? Aber das gibt es doch nicht. Man muss sich doch hier dann irgendwie... Moment. Ist da hinten vielleicht ein Feuer? Entweder komme ich da einfach noch nicht ran. Dass ich erst noch einen anderen Weg gehen müsste. Wir gehen nochmal da hoch. Ich will nicht zu dieser Ratte. Das ist mir jetzt einfach doch ein bisschen zu heikel. Liebe Leute. Ein bisschen zu heikel. Ich dachte echt, dass hier so... Feuer ist. Ich will da runterkommen. Super, ich habe keinen Schädel. Ich bin jetzt aber auch uneinig. Ich bin mir gerade über alles uneinig. Dann noch hier. Unten. Oh, warte mal. Uiuiui. Ha! Kleine Titanic-Scherbe. Immerhin. Vielleicht ist hier... Oh, Schüssel! Vielleicht kommen wir hier irgendwie weiter. Hier ist ein Feuer. Dachte ich mir doch. Ich habe da was glimmen sehen. Wunderbar. Dann... Gehen wir doch mal... ...zu unserem Schmied. Und... Gucken wir mal, was wir so machen können. Ich glaube, wir können ja auch unseren... Wir haben unseren Flakon auch noch nicht verstärkt. Das ist sehr schön. Geil. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Level. Willkommen zu Hause, Spiegel. Sehr gut. Dann hat Heiken Aru. Wir können auch noch eins. Das ist super. Und haben dann selbst... Ah, Zauberei. Ja, komm, wir machen einmal auf Zauberei. Dann können wir uns bestimmt noch einmal mehr heilen. Ja, gut, Ashan. Ashan, da sagt sie einfach. So, Kollege. Ah, das ist gut, was ich nicht. Es ist Flakon verstärken. Yes. Waffe durchwirken. Waffe verstärken. Was haben wir denn da? Wir können natürlich das Ding hier verstärken. Das bleibt aber auch zäh. Ist die Frage, soll man das machen oder warten wir noch? Eine neue Waffe. Was würde mich das kosten vor allem? Steht denn das, was würde mich das kosten? Ah ja, also zwei von acht. Ich bin gar nicht so wahnsinnig viele. Ich dachte immer, ich hätte echt mehr eingesammelt. Wie kann ich den dann aber hier plus eins machen? Gucken wir uns mal die Items an, was wir hier so haben. Inventar. Alter menschlicher Knochen mit Löchern. Was ist das für Bande der Verwurser töten, einer anderen Welt gefunden? Gegenstands-Info. Ah, welches dann? Ein besonderer Geknochen da wurde ein besonderer Geknochen, da war. Über den Leichen ihrer Opfer entdeckt. Ein solcher kleinen Geknochen. Auf echter Götteropfer. Ein solcher Geknochen. Das Bindeglied. Ein neuer Geknochen der Familie. Das ist mir ein bisschen zu kryptisch, meine Lieben. Hast du vielleicht irgendwie was für das? Schattenasche hergeben. Glücklich, passend feines Asch, du hast es gegeben. Lass dieses Asch bestellen Nürnigkeit. Keine Idee, was ich getan habe. Eine normale Waffe, die nicht leer geht. Das ist sehr schön. Achso, die müssen wir erst kaufen. Hellbarde. Was kosten die? Aber taugt die. Ich bin ein Freund von Hellbarden. Ist der Sound denn wirklich so laut, dann mache ich den in der nächsten Pause etwas leiser. Die ist ja gleich. Können wir ja gerade mal schreiben, ob es wirklich extrem zu laut ist. Dann kann ich ungefähr abschätzen. Ah, soll ich die Fackel mal kaufen? Musst du dran erzählen, komm. Findet man bestimmt auch die Hellbarde. Komm, nehmen wir die auch mal mit einfach nur. Lassen wir mal ein bisschen. So, und rüsten das mal aus. Weil jetzt bin ich nämlich, bei der Fackel bin ich vor allem gespannt, wie sie aussieht. Dann packen wir uns auch hier in die Hand. Okay. Oh, geil. Hä? Das ist ja auch witzig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß, das ging bestimmt schon mal. Alter, wie mache ich denn hier? Wie mache ich denn hier den, äh, diesen Spezial-Stand, hä? Sagt mir das mal einer. Wie man diese Waffen-Arts macht. Gott. Ja, also, Dinge, insgesamt lauter kann ich nicht machen. Das, äh, geht glaube ich nicht, dass das geht. Dann liegt es vielleicht einfach, dass die anderen Stream-Band viel zu laut sind. Weil das System einfach zu leise ist. Hm. Okay. Ich guck mal, ob ich den Sound irgendwie lauter krieg, aber ich glaube nicht. Ähm, ja. Schön, heute noch nicht die Haare nass gemacht. Friese. Ähm, das soll es erstmal gewesen sein. Wir gehen in eine kurze Pause. Ähm, holt euch was zu trinken, geht aufs Klo. Und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Mit Dark Souls 3. Und für die, die auf YouTube sind, sag ich schon mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. rarely��었는데 κά institute blends into Contεкт. Gerdкой. Ts Police. stattfindet�țät � Knife. Vielen Dank.